Die USA haben deutlich gemacht, dass sich an ihrer Haltung zu Snowden nichts geändert hat. Sie werfen ihm weiterhin Geheimnisverrat vor und wollen ihn vor Gericht stellen. Die Regierung in Washington bekräftigte, dass sie auf eine Auslieferung bestehen werde, sollte Snowden nach Deutschland kommen. Das spektakuläre Treffen von Ströbele und Snowden findet heute sogar den Weg in die US-Medien. Da ist es nebensächlich, dass der Name Ströbles nicht ganz korrekt ist und der grünen Politiker fälschlicherweise als Außenminister präsentiert wird. In den USA gilt Snowden weiterhin nicht als Aufklärer, sondern als Verräter. Entsprechend reagiert die Regierung mit kühler Zurückhaltung. Wir haben das genau verfolgt, aber das war doch nur ein Mitglied des Parlaments, nicht der deutschen Regierung. Aber der deutsche Innenminister zeigt sich auch offen, der ist in der Regierung. Ich habe da nichts weiteres hinzuzufügen, noch ist alles hypothetisch. Aus dem Weißen Haus heißt es, Snowden gehöre schnellstmöglich vor ein US-Gericht. Doch angesichts der ausufernden NSA-Bespitzelung gibt es erstmals auch offen selbstkritische Töne. Genauso wie der Präsident gebe ich zu, dass einige der Aktionen zu weit gingen. Wir werden zusehen, dass sich dies in Zukunft nicht mehr wiederholt. Auch in Washington beginnt langsam eine Debatte über die NSA. Sollte die Regierung jedoch tatsächlich direkte Gespräche mit Snowden beginnen, wäre dies ein Affront für Washington, den man in der Tragweite nicht unterschätzen darf. Doch auch Obama weiß, es werden weitere Enthüllungen folgen. Die einzige Chance, nicht jedes Mal auf den Eklat zu warten, wäre selber beim Thema Aufklärung in die Offensive zu gehen. Vielleicht könnte ja bald eine Delegation aus Washington nach Berlin reisen.